Gunnar Heinsohn ist ein deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Soziologe, emeritierter Professor für Sozialpädagogik an der Universität Bremen und freier Publizist, Leben. Heinsohn war der dritte Sohn von Roswitha Heinsohn und dem U-Boot-Kommandanten Heinrich Heinsohn, der im besetzten und eingedeutschten Gotenhafen stationiert war und noch vor der Geburt Gunnars bei der Versenkung seines U-Bootes getötet wurde. Nach der Flucht aus dem besetzten Polen im November 1944 lebte Heinsohn mit seiner Familie zunächst in Brodau an der Ostsee und danach in Pützien, bei Bonn. Dort besuchte er die Volksschule und anschließend das Ernst-Kalkul-Gymnasium in Oberkassel bei Bonn, das Beethoven-Gymnasium in Bonn und das Nordsee-Gymnasium in St. Peterbühl, wo er von 1959 bis zum Abitur 1964 im Nordsee-Internat lebte. Heinsohn studierte ab 1964 an der Freien Universität Berlin nach einigen Semestern Jura, Publizistik, Soziologie, Psychologie, Geschichte und Wirtschaftswissenschaft sowie bei Klaus Heinrich Religionswissenschaft. Bei Helmut Gollwitzer hörte er Vorlesungen in evangelischer Theologie. 1971 erlangte er mit bestmöglicher Note sein Diplom in Soziologie und wurde 1974 mit Summa Cum Laude zum sozialwissenschaftlichen Doktor. Phil, promoviert, von 1973 bis 2009 lehrte er an der Universität Bremen. Dort ließ er sich von Oktober 1976 bis März 1978 für einen Forschungsaufenthalt in israelischen Kibbutzien beurlauben, kehrte nach Berlin zurück und wurde 1982 ebenfalls mit Bestnote in Wirtschaftswissenschaften promoviert. Von 1982 bis 1993 verbrachte er mehrere Monate jährlich in Toronto, um dort in der Roberts Research Library zu schreiben. 1984 wurde Heinsohn als Professor für Sozialpädagogik an die Universität Bremen berufen. Ab 1993 war er Sprecher des von ihm gegründeten Instituts für vergleichende Völkermordforschung. 1994 traf er in Gedünja nach 50-jähriger Trennung seine kaschubisch-polnische Kinderfrau Irina Prötaska wieder. 1997 schuf er einen Familienwohnsitz in Danzig. Seit der Pensionierung im Jahr 2009 lebte er in Bremen und bei seiner Familie. Heinsohn lehrt Eigentumsökonomie in den Masterkursen am Managementzentrum Sankt, Gallen und am Institut für Finanzdienstleistungen Zug einem der fünf Institute der Hochschule Luzern, sowie Kriegsdemografie an der Berliner Bundesakademie für Sicherheitspolitik und am NATO-Defense College in Rom. Er publiziert regelmäßig Textbeiträge auf Achse des Guten und im Autorenmagazin Schweizer Monat.